Hallo! Ja, echt? Weiß ich nicht. Ich kann mich an Hidden Level nicht so gut erinnern, weil ich die damals als Kind überhaupt nicht gemacht hab, weil ich immer irgendeinen Brio-Cop verpasst hab. Was? Ich habe so eine komische Betonung von den Wordpress. So, Bonus-Ding, geh weg, du nervst. Ich habe kein Medieval gespielt, ich mag Medieval nicht. Ja, es ist wirklich so, ich mag es nicht. Jetzt alle direkt wieder am Aufschrei so, wow, was, ich mag Medieval nicht? Hat mir schon damals als Kind irgendwie nicht gefallen. Ich weiß nicht, irgendwie unsympathisch. Achso, ja. Nein, ich muss durchziehen. Ich hatte Medieval mal. Ähm, ich hatte mir die Medieval mal von einer damaligen Freundin mal ausgeliehen bekommen. Aber habe ich nicht gespielt. Also, ich habe das angespielt, aber... Nee. Das ist so voll nicht meins irgendwie. Ich habe dann lieber Rayman gezockt. Hat sie mir nämlich auch ausgeliehen. War zwar kacke schwer, aber hat mir mehr Spaß gemacht als Medieval. Verlieren wir hier echt keine Leben? 80. Nee, ich glaube, wir verlieren hier keine Leben. Ach, komm, ey. Das geht mir jetzt aber ein bisschen auf den Sack hier. Ja. Ja. Ich glaube, hier hänge ich aber auch, als ich das mal selbst gespielt habe. Ach, ich wollte gerade sagen, was ist denn Rossi? Aber das ist, glaube ich, dieser Formel-1-Fahrer. Nico? Nico Rossi heißt der? Ro... N... Irgendwas. Irgendwie so. Ich bin ja kein Formel-1-Gucker. Mann. Nico Rossberg, genau. Habe ich Nico gesagt? Nico Rossi? Ich glaube, ich habe Nico gesagt, ne? Das ist wundervoll. Motorradrennfahrer? Egal! Ich glaube, ich habe Nico gesagt. Durchziehen! Gottverdammte Scheiße! Achso, nee, was? Ach, keine Ahnung. Irgendwas, was ich nicht gucke und nicht verfolge. Irgend so ein Heini, der im Kreis fährt. So, eins, zwei, durchziehen. Fährt mit einem Fahrzeug gerne im Kreise. Fällt mir dieses Lied von den Ärzten ein. Was über Michael Schumacher geht. Erstmal das Moped da draußen mal noch vorbeilassen. Dankeschön. Eins, zwei, durchziehen! Upp! Upp! Ja! Uff! Nesca, also mit Nesca kann ich so am allerwenigsten anfangen, ne? Da trinke ich lieber Nestle. So, ich glaube wir sind schon am Ende, ne? Wie viele Kisten noch? Waren die nicht irgendwo hier oben? Ja, eine ist hier. Ach, die waren doch ja hier oben, waren doch welche. Oder nicht? Da! Eins, zwei, drei, neunzig leben! Puh! Dann lieber Nestle. Puh! 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 40%. Puh! Yeeeej! Was kommt jetzt? Cortex power. Ahww. Storz Hearing. Aber ich glaube, irgendwann kriegen wir alles, ne? Nee, ging man nicht. Brauchen wir einen blauen Edelstein. Den haben wir noch nicht. Wir haben nur den grünen, glaube ich. Da mag ich auch die Musik aus dem Original lieber. Weil die ist irgendwie wasserlastiger, glaube ich. Ach, das ist das. Ich hatte ein Generator Room im Kopf. Aber wir haben ja eh noch nicht alles holen können. Hier darf ich nicht sterben. Ich renne jetzt hier erstmal durch. Weil, wie gesagt, wir können eh noch nicht alles holen. Zieh durch. Nee, das ist falsch. Da oben können wir, glaube ich, gar nicht weiter. Das ist alles. Dead End. Dead End. Dead End. Oh, Leben. Gesundheit. Draußen hat jemand genießt. Das war ja einfach. Das war ja einfach. Ja, aber wie gesagt, wir können ja noch nicht alle Kisten holen. Deswegen brauchen wir da eh noch nichts zu machen. Müssen wir mal überlegen, was so am sinnigsten wäre. Was hier so am sinnigsten wäre. Ach, der Generator Room. Da ist er ja schon. Und hier dürfen wir nicht sterben. Weil da ist der Edelstein. Wo war ich jetzt dran am erzählen? Ich weiß es nicht. Nein. Ach genau, wir dürfen hier nicht sterben. Weil Edelstein und weil wir können alle Kisten holen. Achso, der ist kaputt gegangen. Ja gut. Hier finde ich das Original Musik Ding auch besser. Okay. Hier ist auch sehr böse, dass das nicht angezeigt wird, dass das runterfällt. Ja gut, doch schon. Ja gut, das hat man im Original auch nicht so gesehen. Aber die will auch schon mal gerne treffen. Oh, guck mal. 97 Leben. Oder ist das eine 1? Das ist übrigens, die Schrift sieht aus wie von Indiana Jones. Aber es ist eine 7. Wir haben 97 Leben. Wir würden gleich die Trophäe bekommen. Dafür, dass wir 99 Leben haben. Aber die habe ich ja leider schon. Hm. Dann gehen wir halt wieder zurück. Das sagt ja eigentlich mein Handy. Das blinkt die ja die ganze Zeit. Spürkiss. Ich habe gerade wahrscheinlich etwas komisch geguckt, aber es war sehr angenehm, da was zu richten. Nein, da ist keine Zweideusigkeit. Nein, da ist keine Zweideusigkeit. Es war sehr angenehm. Ich hatte aber schon genügend Zeit. Ich musste jetzt echt mal zugeben. Aber wenn man es nicht weiß, fällt man da, glaube ich, runter. So, bin ich hier gestorben? Bäh! Nein, nicht Optionen. Ach, ja. Die Nase ist heute wieder sehr präsent, wenn ich das mal so sagen darf. Nein, hier nicht eine Plattform weiter, okay. Der hört gut. So, ich möchte jetzt gerne dieses Level schaffen. Das ist nämlich ein sehr doofes Level. Ja. Ich habe Pollenallergie. Was ist das denn eben passiert, dass ich da gestorben bin? Kann doch gar nicht sein. Funktioniert er überhaupt nicht? Llanananana. Llanananana. Llananana. Wie ist das denn?